Liebe Leute, hallo, 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 jetzt willkommen. Ah, schön. Das war eine gute Folge. Ich habe ein Bier von Jenny bekommen. Was steht hier? Milz süffig, perfekt. Los geht's. Ich habe eine Menge vor. Der Zettel, ja, er ist zurück. Er ist fürchterlich lang geworden, diese Folge. Und ich dachte mir, Leute, wir steigen mal ein und versuchen uns ein bisschen das große Bild uns anzuschauen. Das große Strategie und Militärbild, wo es in den nächsten 10, 20 Jahren, 30 Jahren hingehen soll. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir da mittelfristig uns die Ziele auch jetzt schon mal formulieren. Denn es bedarf, glaube ich, einer gewissen Planung. Also, wir haben natürlich im Blick Dänemark. Dänemark wollen wir unbedingt angreifen. Es geht uns in der ersten Linie mal um Gotland. Da ist es. Wir wollen Gotland haben. Ganz nebenbei würde ich gerne den Sund-Zoll beenden. Das ist quasi Bonus für uns. Aber über Gotland und über Novgorod geht's Richtung vereinten Hansebund. Das heißt, erstmal versuchen wir zusammen mit Russland, Dänemark, Schweden, Norwegen, Niederzorien. Dazu gehört noch Sligo. Ich glaube, so in Irland. Können wir auch so vorlassen. Und der Libonische Orden. Das ist das Hauptangriffsziel, was ich ins Visier nehme, sobald Russlands Frieden ausläuft. Zu der Waffenstillstand ausläuft. Das wird 1613 der Fall sein. Merken wir uns. Ganz wichtiges Datum. Dann haben wir natürlich die Niederlande im Blick. Da haben wir auch noch bis 1612 Vertrag. Niederlande ist natürlich auch interessant für uns. Die sind im Reich. Die haben durchaus ein Interesse, sich an uns zu rächen. Die müssen wir immer ein bisschen im Hinterkopf haben, wenn wir irgendwo Kriege erklären, dass die sich nicht plötzlich mit dem Dolch von hinten heranschleichen. Noch sind sie auch katholisch. Das heißt, erst mal kein Thema für uns. Können wir sie nicht angreifen. Nicht so lange glaube ich, Politiker und Verteidiger des katholischen Glaubens ist. Perspektivisch haben wir nicht ein Interesse daran, die friesische Region zu vereinen. Warum nicht auch irgendwann Holland? So die Traumziele. Dann haben wir natürlich einen Blick auf, ja längere Zeit schon auf London geworfen. Da haben wir erstmal zu viel aggressive Expansionen, aber auch das wäre ein mögliches Ziel für europäische Expansion. So ein bisschen zu die drei Nationen, auf die ich gerade ein Auge werfe. Klar, wir haben immer auch die Rache an Brandenburg im Sinn. Lüneburg muss wieder Lüppsch werden. Allein schon, um hier den Weg zu vereinen. Klar, dann auch immer noch der Blick auf Bremen und Hamburg. Die sollte irgendwann mal Österreich allzu abgelenkt sein. Dadurch gäbe es vielleicht auch die Möglichkeit, sich Riga zu sichern. So ein kleiner Stützpunkt hier in der Region wäre nicht verkehrt. Noch aber Mitglied unserer Handelsliga. Sollte wir vielleicht auch mal in der Beziehung was machen. So viel dazu. Dann möchte ich einmal auf die Statistiken schauen. Wenn wir schon so von Kriegen sprechen, müssen wir auch wissen, was da auf uns zukäme. Erstmal, ja, Dänemark. Da unten ist es 100.000 Mann Truppenlimit. Wir haben, glaube ich, wir können jetzt mal direkt hier einordnen. Und man, Lübeck findet bei 81.000. So auf einem Niveau ungefähr mit England. Dänemark nicht mehr so weit weg. Österreich ähnlich, Venedig ähnlich situiert. Wir können halt viel über die Wirtschaft kommen. Wir haben eine wahnsinnig starke Wirtschaft. Das ist unser großes Plus. Das müssen wir ausspielen. Da können wir dann Söldner und Zweite anhören. Wir können halt auch richtig tief ins Minus gehen, während andere dann schon kurz vor dem Kollaps stehen. Also so Kriege dürfen und können lange dauern für uns. Wir müssen nicht darauf gehen, dass wir sich schnell niederwerfen. Dafür haben wir ehrlich gesagt auch nicht die Qualität. Also das im Hinterkopf ist schon mal ganz attraktiv. Aber das Problem natürlich, Dänemark ist nicht allein. Dänemark bringt mit Schweden. Bringt mit Schweden da. So, sind wir bei 160.000. Bringt mit Norwegen. Sind wir bei 200.000 glatt. Wir bringen mit Russland in diesen Krieg 190.000. Haben wir aktuell aber auch keine Reserve. Die muss ich auch erstmal auffüllen. Also mit Russland und wir zusammen na, passt das ganz gut. Vergessen wir nicht, da ist noch der Libonische Orden mit drin. Ah, nochmal so 30.000 Mann. Wir können vielleicht auf Hamburg ziehen. Das war es aber auch. Das heißt, wir bräuchten weitere Freunde gegen Dänemark. Da habe ich gesehen, Venedig wäre eine Option. Ich habe übrigens auch am Ende der letzten Folge noch eine nach Neapel geschickt, denn ich habe erst zuspielt bemerkt. Neapel? Ich habe keinen Tag verstreichen, das nicht, ob nur den Diplomaten angeschickt. Keine Sorge. Neapel ist rebellisch, beziehungsweise 100% frei als bestreng. Wir dürfen und können sie noch nicht unterstützen, weil sie eine schlechte Meinung von uns haben und weil sie noch loyal sind. Aber sollte sich das ändern, wäre es durchaus eine Option für uns zu sagen, Neapel? Fragezeichen. Jetzt sehe ich natürlich, dass Venedig durchaus attraktiver ist für uns. Würde deswegen erstmal auf Venedig gehen. Wir haben jetzt einen gemeinsamen Feind. Ich glaube, es kann noch nicht so lange her sein, dass sie Dänemark zum Rivana klettern. Brauchen unbedingt ohnehin Bündnispartner. Das ist nicht so komplett abwegig. Haben wir gleich auch schon mal drüber gesprochen. Die werden jetzt natürlich aufgerissen. Ich ziehe den also wieder zurück. Pushen. Hier. Dann habe ich gesehen, gegenüber den Niederländern ist Mainz. Mainz ist die letzten 20 Jahre zu einer Riesenmacht herangereift. Mainz wäre auch interessant. Grenzt es hier so an. Da können wir gut zusammenarbeiten gegen die Niederlande. Aber wir haben nicht so die besten Beziehungen. Auch weil wir Nachbarn mit ketzerischer Religion sind. Die mögen uns gar nicht. Aktuell zumindest. Aber das könnte sich noch ändern. Und wenn man die Meinung ins Positive dreht, sind die Tausend weg. Das ist auch nicht so weit. Also wir werden bei Mainz und Venedig die Beziehungen pushen. Mainz nämlich dann wiederum auch rivalisiert England. Also da kommt alles zusammen. Wenn wir Mainz, Venedig an unserer Seite hätten, umso besser. So viel erstmal zu dem Thema. Was auch ein Thema ist vielleicht. Schnell Statistik wühlen. Die Flotte. Erstmal Galären ist natürlich gegen Dänemark enorm wichtig. Ich möchte nicht so sehr auf Galären setzen, weil die Perspektive, die Zukunft sind die großen Kriegsgalionen. Das heißt, wir werden auch nicht, glaube ich, um den Nassierland rüberkommen. Gerade weil Schweden natürlich auch noch auf der Zukunft so viel. Ich kann keine 100 Galären bauen. Keine Chance. Großschiffe, da sind wir jetzt schon ganz gut unterwegs. Jetzt wundere ich mich doch aber tatsächlich, wenn ich 34 denn habe, müssten wir dann nicht diese Mission hier längst abgeschlossen haben. Hat Entscheidung der Adler von Lübeck angenommen? Wo ist der Adler von Lübeck? Ach, die Entscheidung. Wo ist sie? Wo ist der Adler von Lübeck? Da. Was gibt uns das? Kostet 1000 Dukaten, verliert 30 Macht. So, Flotte. 20% Moral für 20 Jahre. Kosten Großschiffe werden reduziert, Baugestelligkeit erhöht, Kosten diplomatische Technologie minus 2%. Wäre es mir fast wert, das dann jetzt schon zu machen. Man will natürlich diese 20% Moral so lange wie möglich haben. Aber dann kann ich da gleich noch eine Tech mit abschließen. Machen wir das jetzt. Zack. Schließen die Mission ab. Das gibt uns Moral auch nochmal plus 20%. Das könnte man jetzt halt raus. Okay, wir wissen, wir werden in den nächsten 20 Jahren irgendeinen Seekrieg führen müssen. Im Zweifel gegen die Engländer. Schließen die ab. Können jetzt nämlich gleichzeitig die Königin der Hanse abschließen. Die Mission haben wir ja vorbereitet. Bis zum Ende des Spiels Kostenberater minus 10% plus diplomatische Reputation. Das hilft uns auch bei Bündnissen. Also na, es ist klar, man will die Moral sich irgendwie hinlegen, dass sie möglichst viele Kriege reinpasst. Aber das kann man auch schlecht planen. Und dann nimmt man doch lieber die Dauerhafenboni mit. Können das abschließen. So, Kostenberater, diplomatische Reputation. Und jetzt ist tatsächlich nur noch der Weg hier vonnöten über Gotland, über Novgorod. Dann dominiert den Handel. 70% oder mehr Handelsmacht. Und dann ist der Bund vereint. Also es ist doch gar nicht so weit. Dann geht es vielleicht auch ohne, dass wir Bremen erobern. Aber wenn ich sage nicht so weit, na ja. Russland, Novgorod. Schwierig. Schwierig. So, viel dazu. Wir gehen mal rein. Klein Venedig. Gott, wir drücken sofort wieder Pause. Aber hier wird zu viel glättsamisch passieren. Ähm, Moral der Armee. Nee, auf gar keinen Fall. Verliebt Prestige. Klein Venedig beleidigt uns. Erkundung beendet. Wir haben ein Problem. Okay. Händler für Portugal. Wir sind globalen Handel. Schön. Dann. bitte macht was ihr wollt. Hier haben wir gesagt, wir erkunden alles, was es gibt. Machen eine schöne Weltumsiedlung und sind glücklich. Das kann alles weg. Übrigens, die Kolonisten sind wieder hier oben gelandet. Irritiert mich ein bisschen. So, da können wir nichts machen. Die werden wir niederwerfen. Also ist egal. Bauen. Gucken wir uns gleich in Ruhe nochmal an. Gucken wir was schönes missionieren. Das dauert alles noch einen Tag. Wir setzen auf Humanismus langfristig. Wir könnten uns überlegen, ob man hier die Insel des Indischen Ozeans, aber für drei Entwicklungen ist auch Quatsch, zum Staatsgebiet macht. Der ist gleich schon unterwegs. Jetzt gehen wir da hin. Wir werden jetzt weiter unsere Flotte ausbauen. Wir werden unsere Armee nochmal deutlich aufstocken. Das ist jetzt durchaus um in Bündnisse reinzukommen. Wir haben gesagt, Venedig wollen wir pushen. Mainz wollen wir pushen und irgendjemand ist gerade ins Reich aufgenommen worden, oder? Sorry, ich ab und zu mal nachdenken. Das ist schon enorm. Ich habe lange nicht so ein großseitiges urumisches Reich gesehen. Das macht Österreich natürlich zu einem absoluten Barocken. So, kurz an die Kolonialfront. Ich glaube, wir sind hier gleich bei sechs dann wieder. Jawohl, dann haut das hin. Der nervt mich ein bisschen. Ist aber in Ordnung. Die Sonne wird aufgelöst. Dann bauen wir ein Netzwerk gegen die Pony auf. Da möchte ich einen Krieg führen. Wir bauen ein Netzwerk auf gegen Keres. Da möchte ich einen Krieg führen. Ich würde auch gerne Krieg führen gegen Guamard. Ich würde gerne anfangen zu annektieren. Hier sind jetzt unfassbar für akkrisive Expansion leider. Joghutan sogar Minus. Die überweisen uns dann nicht mehr. Was? Dann müssen wir auch mal pushen. Also diverse Kriege hier in der Region, solange wir auf unsere Waffenschlichtstände warten. Und ich glaube, ich möchte die Huastekin dann aufkündigen, spätestens sobald ich die Beziehung brauche. Dann kann ich und brechen miteinander. Okay. Puh, er ist aus dringend. Also jetzt sind wir bei sechs. Jetzt gucken wir gleich mal. Ja gut, wir geben auch echt viel aus. Wir halten unsere Festungen gerade aktiv. Wir investieren in eine riesen Flotte. Wir haben viele Berater. Aber das ist auch okay. Das ist völlig okay. Mit dem Spiel gehen die kreativen Namen aus. Mega gut. Es ist eine Zeit des gespannten Wartens. Aber ich will mal ein paar Jahre jetzt auch wegschaffen, ehrlich gesagt. Wurr ins Spiel bringen. Venedig werde ich mich positiv gegenüber gleich äußern. Was hier super ist, die Reputation plus 10. Wir müssen sogar einen Blick drauf haben. Ich weiß noch nicht, wo der ist. Gibt es gerade ab oder nicht. Da vielleicht sogar noch mehr raus zu holen. Wir einigen uns mit den Eingeborenen auf Hawaii. Das ist doch schön. jetzt hier noch was für uns zu erkunden. Die Weltumsegelung. Wir wagen das. Wir haben alles aufgedeckt, was es aufzudecken gibt. Das ist sie. Das ist die Welt. Bis eben hier Zentralasien, Teile Afrika sind uns noch im Verborgenen geblieben. So, hier haben wir gleich das Netzwerk. Dann werden wir sofort den Krieg erklären. Die Armee steht ja bereits da. Denn wir werden nicht langfacken. Das war letztes Mal ein bisschen zu chaotisch. Auch weil es noch sehr rucklich war durch den großen Krieg im Hintergrund. Das wird sich ändern. So, wenn wir hier den Krieg erklären, geht es auch gegen die Kiowa. Die sind da hinten. Können wir aber nicht annektieren. Wir können aber zwei Parallele Kriege wagen, oder? Ich würde mich auch hier vielleicht noch ansetzen oder gegen die wir angreifen. Ah, guck mal, bevor wir die angreifen, warten wir, bis wir die Pony besetzt haben. Ich würde die auch gleich annektieren. Die Hinten wir da und da die Arpaio grenzen die auch an Nuisena ja perfekt machen wir das so werde ich hier Krieg anzetteln und hier einen Krieg anzetteln. Die Armee ist bereit, er wird sofort zugreifen. Was kann der hier? Also er drillt gerade in eine andere Armee. Bebündnis aus Bremen sage ich Nein, danke. Frage jetzt, was noch im Raum steht, Kolonial Krieg anzetteln. Beispielsweise Buddenbrock auf ich wird sie gehen auf die Engländer schicken das wäre noch einfacher aber man könnte sie auch auf französisch Kolumbien schicken. Wir sollten mal ein bisschen was wagen in der Richtung Leute bevor ich jetzt Kriege anzettel und sie das nicht mehr durchsetzen können. Die könnten einen Kolonialkrieg gegen Französisch Kolumbien vergleichen mal wo wir schon da sind Also Französisch Ne haben wir Verlust aber nicht So ein bisschen so eine Statistik Folge Französisch Kolumbien F F F natürlich da 33.000 Limit fast keine Reserven Buddenbrock 38.000 fast keine Reserven aber 29.000 Mann unter Waffen das wäre aber nicht gesagt dass man es gewinnt aber relativ ganz okay dann vielleicht noch der Winland Vergleich 12.000 Mann nur verglichen mit Neuhansa wo sind sie ne 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 dann 20.000 okay wir machen einmal das auf jeden Fall lassen Neuhansa Winland den Krieg erklären save also die sind ja auch deutlich gewachsen und den Land wächst einfach nicht mehr und dann Buddenbrock kann Buddenbrock England den Englisch Kolumbian hier den Krieg erklären ich glaube nämlich nicht die bauen da keinen Anspruch auf die habe ich jetzt ein bisschen ausgepowert hier und die haben natürlich Revellen sie haben das Ding ich jetzt warte ich bin auch so viel Provinzen nicht gegeben ich habe schiss hier werden natürlich Rebellion entstehen da warten wir lieber ein bisschen Buddenbrock Zeit wird noch kommen aber übrigens ist da noch Kolonial Krieg losgetreten so wir erklären den Krieg Kiowa ist mir egal gehen sofort rauf wir haben noch eine Tech ja viel zu viel haben wir gerade wir haben Punkte wir müssen uns gar nicht die Schlacht angucken investieren noch ein paar Punkte investieren vor allem da wo es natürlich Sinn macht ja hier zum Beispiel in Groningen wobei Groningen hat noch sehr hohe Autonomie Groningen hat aber auch durchaus Potenzial mit der Kaserne wie ich sehe da guck mal so auf Sicht schon mal auch da so ein bisschen Groningen wird ausgebaut ja wenn die Armeen Hintergrund zerstört irgendwo habe ich eine Manufaktur eine Textil Manufaktur müsste ich aber hier investieren auch na im Wald eher nicht Stettin bauen wir noch einen Ticken darf ich hier nicht noch mehr ein bisschen Militär so zack können wir Stettin jetzt in einem absoluten Mecker das finde ich ganz attraktiv weil wir haben jetzt die Ideen ja auch durch wir können im Grunde können wir jetzt Diplomatie Macht und militärische Macht rausballern so der ist wie weit gekommen Venedig wir sind nicht so weit weg wir sind nicht so weit weg jetzt die Frage wie kriegen wir die letzten zwei Pünktchen das wäre sehr sehr wichtig für uns gegen die Dänen da haben es noch Gefährlichkeiten aufbauen mit was kriege ich noch zu gut im Krieg jetzt eh erstmal nicht müssen wir uns nach dem Krieg gucken wir uns Venedig an und schicken gleich Richtung Mainz ist das heute strukturiert hier oder es wird mal pausiert dann wird weiter gebaut alles super sehr gespannt wie Neuhansa sich hier gegen Windland schlägt ich bin ein bisschen vorsichtig mit diesen Kriegen die ich selber eben nicht im Griff habe sehr gut dass hier das große Scherokirach sich noch hält die belagern wir ruckzuck dann gehen wir hier hin dann ne weil dann die Kiowa sind das wird zackig gehen danach zetteln wir hier den Krieg an hoffen nur Neuhansa widmet sich dann tatsächlich auch Windland scheint zumindest so die Richtung die stimmt Hauptstadt Beotok ist die goldene Stammdate das ist Beotok wo flotten zur Möwung wovon seid ihr noch unterwegs oh das ist die Weltumsegelung die sie nicht überleben werden ne schaffen die nicht abbruch kann ich abbrechen ich kann die nicht abbrechen oder doch abbruch das sehe ich doch dass sie das nicht überleben nicht mit den Schiffen ist ja auch nur Karabellen sondern nicht mal auf den neuen Stand gehievt so 36 sind noch ein paar im Bau oder vertraut er jetzt gerade drauf wir gucken mal nach Moment mal ich sehe doch jetzt hier kein Schiff mehr im Bau ne hab aber 36 ich hab mich verbaut na gut dann noch 1 2 3 4 wieder ich hab irgendwer vergessen das sieht aber nicht so aus hier die gelassen da werde ich die Fregatten ergänzen hier die BRICS 15 immerhin an der Zeit die verteilen sich überall auf der Welt da sind nochmal 5 und da sind nochmal 5 und da sind auch nochmal 5 er ist nicht verkehrt so eine Marine muss sich auch in der Welt verteilen so hier sind wir erfolgreich gewesen zack machen da den Sack zu genau da hab ich gesagt ich möchte gerne hier die Annexion die Basalierung aufkündigen geht nicht im Krieg alles klar bun borg hat hier schon Anspruch ne das ist portugies mexik cool dann bau ich da glaube ich mal lieber einen auf neben Leute gegen spionage das wird zacken dauern also ist schon krass ne gerade wenn man mit so vielen verschiedenen nationen interagiert 49 ok wir werden es über die armee machen und zwar werde ich jetzt einfach noch 10.000 mann ausheben bauen jetzt einfach schon mal 10.000 mann infanterie zack hier ist auch keine bauernrebellion oder sowas ne das hilft müsste dann reichen um venedig auf unsere seite zu ziehen das bündnis der zwei republiken sie bekommen das mittelmeer wie nord und ost für mich absolut fair und neu hansa ist auf dem vormarsch ich liebe es wenn es einfach läuft was steht noch auf dem zettel also wir haben ein bündnis mit venedig angestrebt wir streben eins mit mainz an wir haben uns die statistik angeguckt basalen sind ein thema aber schwierig müssen wir über die beziehungen verbessern hier auf 190 kommen das geht sogar ah ne jetzt gerade gepusht durch krieg gemeinsam im krieg plus 25 hilft das natürlich nach dem kriege weniger oh shit die haben sie sich gesnackt ok da muss ich gleich na der krieg hier vorbei ist müssen wir kurz hin keras ach ja war schon Anspruch ich wir verdienen auf jeden fall stabilität natürlich effizient der belagerung angriff freunde angriff das geht auf jeden fall an lipsch luisia ist ärgerlich ich warte noch dann hebe ich später nochmal 2000 1000 1000 Mann aus ok der krieg wird gewonnen werden hier gefällt es mir auch gut was ich gern hätte es kann auch ein total war spielen dass man so punkte ich was baue oder so ziemlich jedem anderen so ziemlich jedem anderen strategie spiel dass man so punkte setzen kann auch gerade echt strategie spiel wohin die soldaten laufen wenn sie quasi produziert worden sind so hier wird frieden einfach gemacht kann er nichts mit euch machen außer euch geld abknöpfen 60 tage warten dann würden hier frieden dann würden wir hier weitermachen keras hat wie viel 13 20.000 man sollte aber klappen dass die da auf maschinen oder vielleicht warte ich warte gegen keras noch einen ticken fertig ist die kolonie hier zurück jetzt als nächstes dann mische ich mich jetzt in den kriegen so ein bisschen ein ich möchte mich jetzt auch eher defensiver ich positioniere mich ein bisschen defensiver silberflotte ist da denn wir müssen natürlich auch mannstärke sichern klar wir haben jetzt 10.000 mann in auftrag gegeben guama wird angegriffen von portugal portugiesisch mexiko stand zu befrüchten mir geht es natürlich auch nochmal um saftige entwicklung perspektivisch wird es natürlich auf den großen konflikt in buddenbrock gegen portugiesisch maximo maximo mexiko hinauslaufen zack und lübsch louisiana wächst und ich werde gleich den nächsten krieg anzetteln aber ganz kurz gucken ob wir jetzt venedig kriegen können es fehlt ein bisschen wir beeindrucken mit flotte und armee aktuell wir bauen ja noch die flotte und die armee auch sogar aus was geht dann noch ende des bauern kriegs in russland finden wir gut wichtig dass die jetzt gerade noch nicht so viele truppen haben ein geschenk oder sowas machen meine flotte darf ich nicht vergessen die schicken jetzt nämlich einmal heimwärts groningen und dann werden wir sie hier integriert weltumsegung geht einfach noch nicht also ich wie die portugiesen das gemacht haben so meine schiffchen werden auch demnächst fertig es könnte muss da jetzt reichen hier jetzt gehen wir auf 48 runter es wird okay beziehung können wir aufs maximum geben jeder soldat jetzt hier auf der anderen seite auch dann bauen wir weiter dann baue ich jetzt ich bleibe mal diesen 20.000er stacks perspektivisch möchte ich auch einen komplett nur auf belagerung ausgerichteten stack setzen der dann sehr viel aus artillerie auch besteht aber erst mal so 3 20.000er stacks die ich dann noch zusammenfügen kann zwei für zwei einfach auch einfach wieder trennen kann also wir versuchen jetzt erst mal das bündnis mit venedig zu machen bevor wir ja warum reicht das nicht warum reicht das nicht um die 2000 machen es jetzt ich hebe jetzt einfach soldaten weiter aus pump jetzt soldaten holstein kreiner noch zwei artillerie äh kavallerie einheiten dazu zack die haben wir auch noch gebaut ähm ich will ich 20 amit tradition verlieren ohne zu wissen wie viel wir haben 14 was mit witz oh wir sind über dem flotten limit das ist unfassbar ach come on plus ein punkt gibt es jetzt nicht ok dann baue ich jetzt auch noch zwei ich baue jetzt den stack langsam auf ich kriege ihn halt noch nicht ganz dahin wo ich ihn haben will schiffe werden aber auch noch mal fertig das gibt es auch nicht bauernkrieg in frankreich gefällt uns ich dachte eigentlich bei 50 50 ins gleiche würde eigentlich im zweifel positiv stehen am ende hier haben wir gesagt wenn wir ich den den krieg erkläre habe ich auch da ne warte mal ich den den krieg erkläre erstmal wobei beide sind interessant ne beide sind gut vielleicht erklären wir beiden oh ja und ich habe den friedensvertrag verpasst wie so ziemlich immer wir könnten sehr gut nachvollziehen das alles war mal winländisch nicht mehr nicht mehr wir haben sie wirklich in die ecke gedrängt und ist auch für uns schon reklamiert wenn sie den nächsten anspruch aufbauen ganz einfacher krieg come on venedig das ding die bauen dann selber truppen die ganze zeit weil die hatten keine armee mehr deswegen haben wir überhaupt eine chance tatsächlich auf diese allianz jetzt bin ich fast geneigt kurz nur fürs bündnis wir bauen den jetzt hier so ein paar pationkische dörfer und lassen schöne söldner militärparade an ihnen vorbeiziehen vielleicht nicht das geht das ein bisschen billiger hier freie kompanie zack ich habe eh so gut wie keine professionalität die zu zu verteidigen gilt erhalte den ganzen betrieb auf der armee verrieren jetzt vor allem noch artillerie es gibt es nicht wenn die seltener haben keinen effekt auf meine armee stärke oder warte mal kann es sein dass die armee stärke machen oder ich wundere mich weil die zahlen so sauber sind das kann ich noch tun kann noch ein paar fregatten bauen 1 2 3 4 5 davon alles jetzt gerade nur versuche sie irgendwie zu beeindrucken wir kommen gleich nochmal darauf hin zurück was geht denn noch ein geschenk das bringt doch auch nur beziehungs verbesserung oder die sind ich schon oha aber das verbessert ja doch 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 ich dachte das verbessert eigentlich nur die beziehungen verbessert also normalen beziehungen aber geschenke erhalten ist on top ich baue die fregatten aber trotzdem ganz kurz warten ganz kurz warten dann feiern wir eine allianz mit der durchlauch den mit zian republik werden auch garantiert durch frankreich venedig ist immer noch eine macht oder wir denken es ganz kurz mal durch einmal zu ende denken ist venedig der partner den wir brauchen wir brauchen venedig gegen dänemark venedig ist weit weg das müsste mit gefälligkeiten dann gehen venedig ist aber eine starke nation die uns defensiv schützt venedig ist garantiert durch frankreich das sichert sie so ein bisschen gegen die osmanen venedig ist eine republik und ich finde republiken per se sollten schon mal zusammenarbeiten ja das ist die allianz der zwei republiken und ja wir haben jetzt eine beziehung zu viel aber die können wir loswerden schenkt geschenkt eh was so das kann natürlich dann aufgelöst 40 galleonen kosten ein fucking vermögen ich glaube eine galleone schlägt mit steht das hier nicht ja 0,5 du karten zu buche nicht schlecht gourmand ist weg ich sage es euch wie es ist gourmand ist weg okay dann hier komme ich auf plus 15 plus 25 durch geschenk macht plus 40 ich muss aber auf 91 kommen das heißt hier müsste ich tatsächlich warten dass sie ein bisschen abflacht die die Wut wenn ich sage hier will ich zum beispiel eine beziehung jetzt sparen das ding ist die sechste beziehung die ist eh nur durch ein event und ich sage euch zum beispiel will ich los werden die hat immer noch eine Waffenruhe bis wann das denn 16 7 okay dann müssen wir da warten Jokutan wollen wir die Beziehung auf jeden Fall nochmal verbessern Mainz sind wir dran perfekt okay dann müssen wir jetzt gegen irgendwo habe ich noch nichts herzungen genau Bremen der muss weg und hier werde ich nach und nach pumpen einmal hier aufkündigen ist natürlich ungünstig welche theoretisch auch durch muss aber ja es sieht jetzt friedlich aus das können wir mal aufkündigen und dann würde ich sagen zetteln wir den nächsten Krieg an wir haben gesagt hier die beiden Nationen ohne genau zu wissen wie ich jetzt alles plötzlich in der Schlacht stehe da oben alles klar können wir dann an Lübsch na da marschiere ich doch da einfach hin mit meiner Truppe das eine Krieg sauber nach dem anderen zack sogar mal im Minus da gibt es die Kolonien entspannt oh Gott ich habe die ganzen selten Kolonien oh shit und ich freue mich dass ich mal so eine saubere Folge hinkriege und dann mache ich so einen Quatsch ähm sollte ich ihn irgendwo hinsenden wo er helfen kann aber nicht 200 Jahre überhaupt bis er da ist oder ach nee warte mal er wurde hier vertrieben und hier wollte ich auch nochmal 1000 Mann aussehen kann das sein genau ich glaube er war hier ich behaupte es er was da hier aktiv war und verrieben wurde hier werde ich mich jetzt auch schön runter kolonisieren oh Neuhanza wird so ein Fest in Mainz sind wir durch wie es singt und lacht aber es lacht nicht genug dieses Mainz aber wenn ihr euch die 1000 wegdenkt ist es nicht so weit es ist nicht so unwahrscheinlich es ist halt vor allen Dingen auch aggressive Expansion die hier ein bisschen oh das geht kriegen wir so einen Griff Freunde ähm wer wäre jetzt so ein Kandidat ab Ansprüche sind ein Thema hier haben wir einen dauerhaften hier haben wir einen hier haben wir einen Böhm ist übrigens ne Böhm ist kein Thema mehr ja wir haben ein neues Bündnis das ist super gegen Jokotan dann braucht es hier ist zwar noch ein langer Waffenschicht aber kann man ja schon mal aufbauen ne den Anspruch auch und ja wahrscheinlich war ich ein bisschen feiger ich hätte wahrscheinlich französisch-kolumbian angreifen sollen immer noch kaum Truppen haben wir machen das doch ich glaube Buddenburg hat jetzt nämlich mittlerweile wollen wir zumindest Gelegenheit geben alle Kerne zu erstellen sehe aber noch nicht so viele Revolten von daher bin ich spannend ich habe es verschrieben ich habe es verschrieben wow das geht nicht schnell ok ich sehe schon meine Leute hier haben das voll im Griff 20.000 aus einer Lüge ich hoffe Buddenburg kriegt das hier beim Griff 28% das muss man auch im Blick behalten das wird auch langfristig natürlich ein Thema werden immer stärkere Kolonialnationen muss man auch mit eigener Macht kontern aber es hat auch einen Grund warum ich nur Liebig so stark sehen möchte ich möchte sie nämlich irgendwann gegen Florida sehen auch hier sollten wir mal verbessern dass wir da ganz oben kurz gestockt ob es nicht Beleidigungen wir wählen gut Steuern plus 10% spielt unsere Wirtschaft keine so große Rolle einerseits 88 können wir uns den nochmal wieder gönnen hier warte ich mal dass die jetzt alle fertig werden was sind das Fregatten haben wir hier noch die Karabellen die werden wir einmal verbessern Frieden gibt es später Handelsdepot wäre durchaus verlockend jetzt enden die Waffenstillstände erst mit unseren Vasallen da merke ich erst wie wenig wir quasi an Jahren hinter uns gebracht haben zuletzt das sind die noch verbesserten Bricks und ja Reichweite Handel wir haben es natürlich abgesehen auf die hier Wachstum wobei es jetzt immer weniger eine Rolle spielt die Claims sind ja abgesteckt wir warten das wenn wir so anfangen nächste Folge einleiten Neuhansa Zollwert ja wie gesagt alles bis 20% finde ich total legitim zu besteuern dann sammeln wir hier kurz mal wieder die die Flotte zusammen das ist dann Schatzmeister Tod kein Problem das machen wir dann zu neuen Berater Missionarstärke plus 2% ist immer noch ganz schön weiten oder ne wir werden das irgendwann kommt der können wir leider nicht befördern den können wir auch nicht befördern sparen wir jetzt natürlich einiges in der Ecke okay jetzt ist das Event nämlich ausgelaufen beziehungsweise der Bonus den wir hatten und ich habe eine diplomatische Beziehung zu viel Hamburg Venedig Russland safe ich muss nach diesem Krieg einen meiner Vasallen loswerden haben wir schon alles besetzt ach schon vorbei der Krieg oh mein Gott ich brauche ein paar Diplomaten ganz kurz wir waren auch den Frieden das ist vorbei glaube ich ich glaube es waren wir sehr ergiebig wieder nur 2-3 Jahre geschafft oh mein Gott ich freue mich weil es ein bisschen ordentlicher ein bisschen ruhiger ruhiger abgelaufen ist als die letzte Episode die waren wir ein bisschen zu bespresst war dann jetzt so schön oh Gott dürfen wir nicht verlieren wenn wir jetzt dann doch mal gegen die Dänen geht also wir haben den Krieg initiiert hier alles klar also erst die anderen Lübsch Louisiana kriegt das hier bitte okay ähm das ist für mich eindeutig Neuhansaterrain oder so von der Grenzziehung her auch von der Region her ja Lübeck hat sich ja ganz schön weit vorgewirkt muss man auch sagen okay seid ihr denn bereit von Frieden ihr Freunde ihr seid doch komplett besetzt oder nicht das ist euer scheiß Problem das geht wiederum an Neu Lübeck ich kann nicht sowas machen ne äh geht das nicht ne ich mache ihn mit allen separat das muss jetzt natürlich auf alle warten das nervt nach dem Krieg beenden wir hier einen vasalen Status und ich habe eine Idee monatlich reduziert danach kommt Unterhalt der Armee und Produktionseffizienz und hier auf die Entwicklungskosten global minus 20% habe ich es auch ein bisschen abgesehen wenn ich ehrlich bin das dann kombiniert mit hier Kampfstärke der Artillerie zack schön im Krieg mit Dänemark die müssen wir noch ein bisschen reparieren dann können wir die auch anfügen und eine Flotte nach der anderen läuft hier ein mit Gold Silber allem beladen hier rüsten wir jetzt mal hoch dann haben wir da nämlich auch 320.000 Asteks in der Heimat ab jetzt gilt es quasi dann Rekrutenreserve zu sichern und der Rest geht dann über Söldner ich will keine frühen Fregatten eigentlich 50% Chance auf das Ereignis Piraten für alle ok wir jagen die Hunde ehrlich gesagt nicht genau was ist nach sich zieht ich weil die hier noch eine Armee haben darf ich gerade ok Piraten für alle ok aber ok das waren jetzt 5 frühe Fregatten zum Preis von 200 irgendwas zu karten das ist natürlich nicht der beste der wenn wir ehrlich sind oder alle Piraten hängen wir Unruh global minus 2 nicht so relevant Prestige minus 1 an Korruption ja dann nehme ich die extrem überteuerten Fregatten und ja wir haben eigentlich nicht das Limit dafür so dann führen wir das ja auch noch alles zusammen das eskaliert schon wieder die Folge ich bleibe unter 50 Minuten möchte ich verlassen könnt ihr hier einmal eine Schlacht ganz kurz gegen die gewinnen gut jetzt können wir hier nichts zufrieden machen so das geht an Lübsch-Louisena Dankeschön danke zack Frieden dann hier geht an Neuernse der Teil etwas größerem ok jetzt können wir wirklich alle Friedensverträge abhandeln und dann bleibt noch der Friedensvertrag das ist ja auch eine schönere Grenze nächste Folge geht es auch an der Front weiter Handelsschützen Lübeck nächste Folge wird das hier komplett eskalieren wie ich schon sehe Handelskonzessionen ausgezeichnet glaube ich was bietet ihr mir nicht dass ihr ne ok aber komplette Vernichtung zack auch hier wird ein Friedensvertrag weiterzeichnet und dann soll es das gewesen sein glaube ich in dieser Episode wenn wir den Krieg hier noch führen gegen diese Indianer und dann noch gegen Ottawa ja gegen Ogibor und gegen Ottawa zwei Kriege führen dann schlagen wir einerseits hier die Shawnee noch mit und wir schlagen Lenape noch mit dann ist das hier quasi alles in lübscher Hand wenn wir diesen Krieg führen können wir auch die einnehmen hier müssen wir uns noch irgendwie den Anspruch organisieren aber dann kriegen wir auch in Louisiana zu einem Kolonialstaat gebaut apropos da wäre eine Menge Kolonien fällig nächste Folge deshalb mache ich jetzt Schluss bevor ich mich damit nochmal befasse dieses fast lassen wir zu das sieht sehr sehr schön aus oh hier gibt es auch noch ein paar Revolten ja und dann halt die Thematik um unseren Vasallen darauf kümmern wir uns auch nächste Folge dass wir da dann in Ruhe ich weiß gar nicht was es kostet ich glaube Stabilität aber ehrlich gesagt ich meine es geht um eine komplette diplomatische Beziehung und anektieren kann ich gerade nicht oder wir gucken mal ob wir uns mit sehr vielen Strecken doch noch hier irgendwie zu einer Anaktion durchringen können eins von beidem wird es werden liebe Leute das war eine sehr erfolgreiche Folge und wir haben das Jahr 16 13 ein Blick wenn ich so weitermache kannst du noch ein paar Folgen dauern macht's gut bis dahin tschüss